Hey Leute, Willkommen bei einer neuen Folge CSGO mit Wupp Wupp und Seppel. Ja, wir spielen... Wettkampf, das 2... Hey, komm du, komm du, komm an, komm an, komm an, ich bin an Land jetzt. Aller, hier kommen Sie, die Komma-Aland. Okay. Komm an, einer, einer, ich bin down. Nice. Nein! Es war noch einer. Hey! Da geht sogar noch der MVP. Ja, ich mach noch mal, ich mach noch mal Echo. Doch, ich hab ne Tech, nein. Ich hab nicht das ab. Ach, ich nehm mal deine Notbieter, ich helfe auf die Tech, nein, nein, was. Ich hab mir noch mal ne Files-Tabbing geholt. Eine Files-Tabbing ist so geil, du hast so'n Vorteil, alter, weil die so ein neues Magazin hat. Ja. Jetzt die Kamakos. Der nicht geproschen. Okay, B. B ist jetzt nur einer. B, okay, B alle. Ja. Sicher, B alle? Ja. Momme meldet sich, also alle. Ja, nix geschissen kriegt die Schrubflinte. Nicht Mitte-down, ne? Mh. Ähm, der letzte Sun-Champi. Okay, nice. Good job. Warte, der ne Waffe. Diese Scheiße, Raphael. Ich will kein MP7. MP7 ist voll gut. Ich habe noch nicht Files. Auf jeden Fall. ab und unterhalb die es bestimmt akut Alamu entweder lang oder b und wo ja auch kurz die Bombe ich hab schon zwei geholt die alter ist mit euch er gibt mir Außensprung mit der P90 eine Headshot A-Long, A-Long jetzt, jetzt guck mir zu und guck, was der MP7 alles kann ok, super scheiße die Komma bei der S-A-Sport die holen sich Bombe die sind da mach das Jolo aus dem Clan-Tag Jolo, A-S-A-P Boah, meine 4 sieht zu scheiße aus mit den Stickern bei uns stehtet oh, die kamst du, wer glaubt, eh, die KOMB oh, was, A-Long, meinst du ey, gib mir jetzt schon, ey, gib mir jetzt schon oft lang die Bombe down äh, Bombe liegt zumindest Bombe down, A-Long ja hab mir alles so mitgekriegt das war ein Cortina warte, bis Mom vorbei ist, ich geh jetzt durch warum gehst du, also, doch kannst du doch, da ist niemand oh, dann save da setzt sich einer an die Türen oh, der letzte, der letzte ist das oh, der letzte, der letzte, der letzte deine Guardian was hast du hier aufgenommen? ist meine hab ich vor dem Handeln mit den Stickern Das ist Geiles, wir spielen wahrscheinlich mit selber 4 Leuten zusammen. Du bist selber 2. Na ey, guck mal. Die ersten 3 aus unserem Team. 10, 10, 10. Aber wenn die nicht so abgenutzt werden. Boah, ich bin so müde. Ich hab nicht viel Punch. Kommt glaub ich wieder Alarm, oder? Laut 100 einer. Oh, Alter, wir hätten flächig hoch. Laut 100, 2. One girl, ey, short. Akkurt, 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 akkurtes Bombe. Ey short, 2 Leute. Ja, aber was denn? Ich glaub auf A lang war auch einer. Boah, kurz war Bombe. Der geht für B. Ich. Wird's schon... Wird's schon jetzt, oder was? Ja, dies wird's schon. Halt's Maul, Alter. Boah, fuck, Alter. Ja. Mann, ey. Mann, ey. Boah. Ich hab dir aber irgendwie immer die vierte Runde kannst sein. Da noch einer. One gegen one. Ah, dies so abgenutzt. Ja, dies abgenutzt. Ja, dies abgenutzt. Guck sie dir an. Na komm, Junge. Besser. Boah, schade. Ich bin letzter, ey. Weiter. Dritter. Aber Konzentration. Ja, mach. Ja, mein Auge. Ja, das ist gut, der hat geschluckt. Komm, wahrscheinlich B. Oder? Komm, A. Ja, schade. Ich war schon selber Low-Cutters. Oh, A lang. A long bomb down. Er holt sich die Bombe jetzt. Er holt sich die Bombe. Der hat keinen Rank, Alter, oben. Äh, du musst ein Freund mit ihm sein, damit du siehst, dass er Ranked ist. Okay. Oh, es muss in einer Flächen Party sein. Hm, die wollen dann kicken. Nee, die wollen dann kicken. Nee, die wollen dann einfach mal short gehen. Die wollen den besten kicken. Und der ist alleine B, nice. Allein nicht alleine. Ja, Kofi, 4,5. Ja, ich geh doch schon, Alter, meine Fresse, Junge. Geh hinter zu der Kasse, Gewetterrecht sein. Nein, ich geh weiter rechts. Pass doch, pass doch. Nein, ich geh viermal hin. Ja, ach was, das ist, weil sie auch da Tumid sind, Alter. Ja, Alter. Das ist was, wo du versetzt hast. Ein Team mit dem Weg. Nein, im Hauptdienste. Wie wahrscheinlich ein Weg guckt, man kann dir locker noch durch. den anderen und er nicht die gehen wird Alain der Karten der Schottkurs ist der letzte Jahr und war da der Meister er soll besser noch machen das sind noch was du da bist was zu werden ja es ist das zufrieden ist aber besser die Kroos die Kisten es war bis jetzt so wie mit dem zu kriegen ja da geht es nicht in die Hand und geführt aber auch das ist eine Klamour anwesend mit dem auch was auch veröffentlicht er wird das ist so das ist das hat ein Team mit dem die Welt als geplant Ich hab da halt so ein Ziel gesehen, weißt du, und dann... Ja, du bist da, Galter. Guck. Ja. Ah, da ist es schon, ne? Und dann... Wo sind die Dixer? Äh, Tonne, die gegen den Fliehen. Ja, klar! Dennoch vergesst es auch so. Ja, einer ist Tonne noch. Oh man, ey. No, minimal. Okay. Einfach F3 drücken. Ich bin einfach voll krypt. Und einfach F3 zappeln. Oh, hier, warte. Komm schon. Okay. Gut, gut. Gut. Ich hol mir nie wieder die M4. Ach. Ach. Sag ich immer zu der AK. Da ist ne dreckige Sniper. Ah, kurz. Muss schon dieser Yolo, Alter. Er plantet, er plantet. Ey, wir hast uns geschissen kriegt. Ey, on spot. Ein Sniper. Wo geht's in dieser Yolo hin? Jetzt sieh noch unter Druck, Alter. Was macht der denn, ey? Tut, meine Fresse, ey. Er tut mir echt leid, ey. Ganz im Ernst. Oh, der hat der geil gemacht. Oh, der hat der geil gemacht. Oh, der ist weg. Der ist durch die Kiste, durch die Kiste, durch die Kiste. Pass mal auf. Wenn er den noch macht, ne? Er wird den kann ihn doch kommen lassen. Alter. Nice. Ich dachte schon, war... Der geht schon gut ab, Alter. Der geht richtig gut ab. Ja, ich hatte doch mit der... Ach, ja. Er liebt die Farben, was hat er gesagt. Jetzt hat er ne Ase. Nimmst du deine Asimov auch, oder was? Ja. Naja, ich hab ja keine Saison. Ich hab auch bis jetzt noch niemand. Alle zwei Tage. So, ich bin ehrlich. Das sind Sie da. B, B, B. Auf lang, auf lang sind Sie. Der, G, du, B. Ich mach' ich bin kurz. Ich bin auch... Pastor B ist niemand. Der ist doch B. Pas zu an. Die gehen hinten lang, die verkämpften sich ja. Ne, die kommen hier. Ach, ich hab' da. Da zögern einfach nur. Ja. Na, ich hab' B. Warum bist du hier? Ich hab' hier, jetzt mach' das. er hat es einfach hinten beim Börse war auch immer es ist ja auch ein paar das ist jetzt hatte du überraschst und immer ruhig der letzte ist der letzte ist der nicht die lieben wo sind wir wissen jetzt damit er mit er verarscht jetzt ist er mit den langen es erschrocken mehr nehmen ob macht sich zählen alter ist klar der kommt dann schön zu gehen da kommt sich die Sonne er kommt nicht mehr lang was er kommt dann er hat die Bombe, das sieht man so oh was ist, ich glaube auch was mit der Artimov oh, hier sitzen die Artimov geben, die PPVs so wo ist er denn, welches ist der der hier alle ja, bis jetzt noch eine okay, die B wir wissen, wie verlieren sie habe ihn gegeben dabei als noch mitte wo ist er mitte glaube ich nein nein jeder b-ansport besser er ist angelegte die O hat er was ja ich glaube nicht dass die A lang kommen die kriegen nur aus dem Auge hier einer ist lang ich habe noch 13 AP oh ich weiß ich habe keinen gesehen ich habe deine A7 immer noch echt ja weil deine vielleicht ein Stück schöner weil sie nicht so abgenutzt ist ja ok hat er eben viel Glück ich habe die Duel bei Writers aufgehoben von dem einen Typen ein Prozent wenn wir alle prügelten aus mit dieser Juni Ortschall ist er nicht um Erdogan ich habe auch nichts mehr mit einem aber wo sie trotzdem sich mit dem Euro Prozent bei deren Sporen sind noch drei alle bei deren Form bei der Schachtler und die Verzögerung total immer ein Blut sie können auch begehen wirklich Klingflug Koffer die müssen die Gange um hohen in der Plachter doch in der Tür das ist auch kurz Klinik ihm macht aus dem Ort was Mord und Hotschlacht was los gleich mal zwei abschüsse mit meiner hexans du musst dir unbedingt einen nametag holensappel für deine waffen wie viel teuer sind die 1,50 und dann was soll ich denn machen damit denn kannst du damit deinen waffen namen gehen so wie meine p90 wo samas ganzer stolz heißt und meine klack 18 in miami wird also den namen gehen und so wird es ja noch in gewandt getät wurde von der waffe von den skittelt ist alter sein er gibt den worten wie er kurz er hat er ist bombe alter alter kichler kurz hat er wusste ich ihn nicht gesehen der wohnen sohn hier wo ist denn der hier unten zwei Waffe zwei Waffe wird auf jeden Fall schon mal kein ESP er hat kein ESP ist er auf B? oder was? äh B ist clean aber B ist Bombe was ist mit dem Fein? hier kam A Long City hat er defused? na äh Bombe wurde ganz gelegt er hat unterbrochen ich kann City was machst du jetzt wie ist der hochgekommen hochgesprungen ja schon aber oh was alter was deine Mutter um letzte Runde Abo einmal jetzt die Verzögerung und wir alle haben oder neunerlei Auber eine Abo die das überlebt als Dank Jesus so schon mal gefeiert jetzt schon mal zwei Bots es haben wir okay die zwei Bots zwei Bots hochnehmen ja trotzdem die Bombe dauernd einer ist auch short aber trotzdem die Bots äh rennen meist in den offenen Tod einer ist noch hinten bei der Onspawn äh Flype sind die Onspawn schon oder was? unbelegt ah ich kann nicht hier weg ja der letzte ja der äh Subventon nicht mehr wenn einer sagen könnte wo der ungefähr liegt boah ich guck immer auf die Karte ne und dann wo ist denn der Hohensohn? ist der hier? der ist bei den Double Doors hier links da um die Ecke jaaa warum nicht fuck alter don't peek yes avp daten gehört nice nice mann gg deine Mutter alter mit meinem Vater alter was ist denn er schreit die ganze Zeit du hast doch Kommunikation ausgemacht oder? äh der Russe hat die ganze Zeit aus dem gegnerischen Team gesagt kick me kick me fuck you let's go hey short hey short hey short ich weiß nicht warum ich das mache ja alle sind A ne? ach alle sind A? ja ne die laufen nicht zu B 2 zu B die 2 zu B am Verzöger komm komm was schon durch was durch was durch was durch was ich mache ich kann nicht stelle jetzt kann ich stelle halt doch die Fresse du Penner alter hey a4 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 er er wenn was bringt gekriegt was der letzte auch kurz ich will der Kraft die Landstuhl wir sagen und so noch mal gut das ist eine feiertelte Verkaufungen sie sind er wusste ich werde die Waffe in die Luft Schott Bios er wie mal schaue was klar ist es nicht heißen was auch durch jetzt ja entziehen waren zwei leute jetzt sind wir vermitteln er eigentlich Wo sind denn die? Wo sind die? Leru Double Doe ist der letzte, äh, einer. Der vorletzte. Katast hat einer Katast neu geguckt? Äh, Katast bestimmt. Einer ist noch ein, einer fehlt noch. Ja, bitte. Bitte? Ja. Ja, nice. Oh, Abus, dein Junge, Abus, dein immer geil. Ja, wir gehen mal an. El-Om. Füftige. Zumal, wie man die Waffe hier in der Hand hat. Nicht pushen mit der Bombe, bitte. Ah, ne, ja. Kann man gar nicht schießen. Wenn wir ein bisschen schießen, ja, ich muss doch nicht. Boah. Richtig fescht, Alter. Werner hinter uns? Keine. Ja, vielleicht push dir mal mit der Bombe, da? Aber... Warte, ich erleicht das dir wieder. Ha, Junge. Danke. Ja, was denn, Alter, willst du die Bombe haben oder nicht? Ja, die letzte Zeit lang, danke. Okay. Oh, was, danke. das ist glaube ich heiße, Alter Seppel äh was ist denn los? in die Arbeit hinter dir ich hab langst in die Tür geguckt und was machst du? du hast genau vor meinen Augen gescheitst ja, war ich ne, passt doch, ich hab doch genügend Geld die Bombe ich hab mich im Laufschicht ich hab mich im Laufschicht oder was will der? uuuuuh was will man lassen? was will man lassen? ein hab ich dauernd einer so lange, einer so lange ne den kriegen nicht ja, doch, doch, andersland, lassen mit ihm geholt da kommt einer durchführt das heißt er hat zweimal früh Fleisch was soll ich euch auch was soll ich euch auch ja, das ist mir gerade hier Stress so, auch jetzt einer ist noch lang der Gruppe ja, einer ist lang gewesen mhm legt die Blöcke am Anfang erstmal schön hart auf und kassiert und jetzt ne USP dann ist das da guckt einer auf Short ja ne ich guck lange wer guckt den Short der andere, der Russe dann ne der Russe, der Russe bin ja, der Russe kann aber nicht gut gucken muss man ja so sagen oder nicht abrangt NEEEEEN ich auch Das war's für die Folge, lasst ein Like, ein Dislike, was auch immer, ein Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.